Er sagt, dass er meistens hier dieses Ding benutzt für Bottleneck Gitarre, für Slide Gitarre, weil man es überall in den USA kaufen kann. Ja, aber wenn man richtig Bottleneck machen würde, würde man also eine bestimmte Flaschensorte für Benötting, perhaps you demonstrate it, Otto, put it on the finger here. Ja, we have gotten... Is that difficult? Ist das schwierig? Frag ich mal ganz dumm. Frag ich mal ganz dumm. Das ist ein simple piece. Two notes, bass note, ja? Und top note. Also das sei ein ganz leichtes Lied gewesen. Wir können es vielleicht auch lernen, Albrecht. Vielleicht irgendwann. Üben, üben, üben. Can you show us a more different thing, a difficult thing? Now Rai plays, Recruiter plays. Okay. Der erste ist aus Knowledge. Jetztouts her Pl hibern. Losereist und drei yourten Musik besuchen. Wir mahli Kamlin, ich wag uns alle Worte gegen die Tür bitten. häufiger trübliche Masedrive, die ist dann natürlich auch von Tidig bottles anschauen. All right, good. And perhaps at last, what means open tuning? Basically, open tuning is the other way around. I like them this way. Basically, open tuning refers to... Guitars are tuned E, A, D, G, B, E. The various notes of the strings. Open tuning is so that... It's a chord. It's a chord. It's a chord. And various ways to tune the open chord. I use a G tuning, which is G... No, which is D, G, D, G, B, G. Yeah? Yes, I can. B flat. B flat? No, not you. My sister used to be flat. Yeah, right. Until she got that in the A. So... By the signature that we... The... Yeah, thank you. The open tuning is basically... So the guitar has an open position and... Yeah? 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 No, no, no. Yeah? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Bis zum nächsten Mal.